so und war willst du noch mal probieren obwohl der ping echt beschissen ist oh ich glaube die sind gut das war eine richtig assi abwehr ich kann mich mal mit dem ich kann mich wirklich freuen weil ich nicht weiß wie es weitergeht bis her haben wir heute irgendwie nicht so wirklich überzeugt oder ich viel mehr 6 0 oder 6 1 alles in die ballert okay 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 schade hat man das wieder gewusst hätte man da zwischen fahren können oder schade nein nein der hatte nicht richtig erwischt aber kam trotzdem gut die 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 Nein! Ah, schade. Gain ab. Upsi. Lol. Wie war ich flogen? Scheiße, Alter. Nein. 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 Und um, 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 um. Ja, nicht mehr fixiert, ey. Nein! Und das war's. Das läuft echt überhaupt null. Genau das Gegenteil von der letzten Season, äh, Aufnahme-Session. Nein! 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 Und? Natürlich nicht. Nein! Oh, knapp! Knapp! Nein! Oh! Nicht verkehrt! Nein! 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 Zum Glück war der Wajo da, ey. So macht's doch wieder Spaß, ey. Ich glaub, das wird echt erst der zweite Sieg in der Session, Alter. Schade. Aber noch... ...ist das Match nicht vorbei. Der kommt gut. Schade. Ah, oh, nicht richtig erwischt. Wow! Endlich mal wieder ein Sieg. Nice! So, wo stehen wir denn jetzt bei der Saisonbelohnung? Fünf Siege. Gut. Spitzbedanke mich. Bis denn eh! Untertitelung. Vielen Dank.